Wir haben keine Stim-Packs mehr. Ich weiß. Vielleicht bist du mit einem Auto-Docker-Anzug besser dran. Glaube ich nicht dran. Hier ist ein Eindringling, da bin ich sicher. Ja, ja, ich bin mir auch sicher, dass ich da bin. Danke, danke. Wir haben keine Stim-Packs mehr. Vielleicht bist du mit einem Auto-Docker-Anzug besser dran. Ich komme hier noch irgendwo durch. Lauf, 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 lauf. Hier geht es erstmal hoch. Das klingt doch schon mal sehr schön hier oben. Hier oben kann man erstmal ein bisschen was machen. Was haben wir denn hier so? Elektronenakku. Das ist schon mal... Ein Elektronenakku gefällt mir schon mal sehr gut. Also jetzt so... Ist der hier in Lübe, das Sicherheitsgeschütz? Wir haben keine Stim-Packs mehr. Vielleicht bist du mit einem Auto-Docker-Anzug besser dran. Schützturmsteuerung. Kennwort eingeben. Oh, mal gucken hier. Wann haben wir denn hier an, äh... Gedönsen? Wo haben wir denn hier die Obergedönse? Keine Gedönse. Da, Gedöns. Da, Gedöns. System startet. So, neues Ziel. X42, gigantische Robo-Skorpion. Dies ist eine im Vorfeld aufgezeichnete Angriffsbogschaft. Keine Stim-Packs mehr. Genau. Ich unterstütze mir die Dinger mal ein bisschen. Dies ist eine im Vorfeld aufgezeichnete Angriffsbogschaft. Vielleicht können wir damit etwas ablenken, damit die Dinger mehr Schaden machen können. Die können den tödlichen Laser-Stacheln des Dr. Mölius nicht entgehen. X42 gleich an, ihr habt... Wir haben leider niemanden mehr gesehen. Vielleicht haben auch die Meistertarn-Anzuger. Ich gleich an, ihr habt... ...undersiegt. Schluss mit Schleichen. Jetzt wird gekämpft. Macht nix. Kampf zu Ende. Die Kampf zu Ende. Zeit zum Kämpfen. Ich krieg dich schon noch klein, du Mystic. Komm her, ihr. Äh, du kriegst mich klein. Danke. Sie können den tödlichen Laser-Stacheln des Dr. Mölius nicht entgehen. Dies ist eine im Vorfeld aufgezeichnete Angriffsbogschaft. Krieg ich dich jetzt klein? Jawohl, ich krieg dich klein. Sau. Auto doch ganz viel besser dran. Äh, 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 äh. Das nenne ich mal eine Explosion. Ha. Mein, die Fresse. So, das hat mal also Punkte jetzt gegeben. Was machen wir? Was machen wir? Wir können natürlich hier Schleichen hochsetzen. Wir können natürlich auch... Was können wir denn, äh, so, Schusswaffen, Sprachhaber von der Sprengstoffe, Waffen los und überleben. Natürlich würde ich jetzt mich freuen, wenn ich hier, äh, das ein bisschen hochsetzen könnte. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie man die weiteren Pläne aussahen. Ich glaube, ich setze ihn zu überleben erst mal auf 25. Den Rest packe ich in Schleichen, bis wir 75 haben. Und die restlichen zwei Punkte packe ich mal, äh, in Nahkampfwaffen. Das, äh, packst es ganz gut gerade. So. Haben wir den erledigt. Ohne fremde Hilfe. Ganz allein mit, nur mit meinen Waffen. So, Möbios, zu Sau. Ist jetzt hier. Ist hier noch was Brauchbares? Gigantischer Riesenskorpion. Geteil. Altmetall. Elektroschrott, Energiezellen, Kernspaltungsbatterien kann ich jetzt nicht gebrauchen. Machen wir das Ganze mal so. So, Freund der Sonne. Freund der Nonne. Kommst jetzt in die Tonne. Ohne Sonne. Und ohne Nonne. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir hier, das Ding hier oben mal ein bisschen repariert kriegen. Mit diesem. Und vielleicht nochmal, naja, das sieht gut aus. Der sieht auch noch gut aus. Den hier können wir mal droppen. Das haben wir sonst noch. Die können wir reparieren mit dieser hier. Das haben wir hier noch drinne im Schreibtisch. Kronkorken, nehmen wir mit. So, hier drinne. Warten, Patronen. Was haben wir? Oh, hier, Audioprobe. Möbel des Roboskorpion. Okay, was immer das bringt. Es ist natürlich für die Jukebox und es bringt natürlich eine neue Modifikation auf die Waffe. Aber was das jetzt genau ist, das ist jetzt die Frage. Korken, nehmen wir auch noch mit. Gibt es hier drüben auch noch mit? Fast runtergefallen hier. Das packen wir ein. Was haben wir hier noch? Fünf Schrauber lassen wir erstmal hier. Ja, das sieht doch schon mal nach was aus. So, dann können wir jetzt, glaube ich, erstmal den Möbelus auf den Keks gehen hier. Für den habe ich ja noch die wichtige, hochwichtige, ultrawichtige, sehr, sehr wichtige Botschaft. Die heißt, äh, die Wissenschaft. Ach, der hat hier sein eigenes Forschungslabor. Kann man mal sehen. Schick, grün. Gefällt mir. Möbelus, wo bist du? Halt die Kakerlake. Halt die Kakerlake. Halt die Kakerlake. Halt die Kakerlake. Oh. Hallo. Sie sind hier, oder? Entschuldigen Sie meine Verwirrung. Aber es fällt mir heutzutage schwer, das zu unterscheiden. Das glaube ich dir aufs Wort. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Sind Sie vielleicht wegen Ihres Gehirns hier? Es ist gleich da oben. Ein schönes Gehirn. Jung und klug. Ich kann Sie nur schlecht erkennen. Kommen Sie doch bitte in mein linkes, äh, äh, rechtes Sichtfeld. Ach, jetzt werden Sie schärfer. Ja, ich bin ganz scharfer. Ist das besser? Tiefenwahrnehmung ist ein Problem bei diesem alten Monitor. Wurde schon vor einer Weile schwarz. Boah, das nennt man wohl Altersschwäche. Ja, das kann man so sagen. Müsste mal meinen Sehnerv wieder anschließen. Aber dann würde das rechte Auge die falschen Sachen sehen. Fliegende Schildkröten zum Beispiel. Was hast du denn da für uns dann da eingestellt? Darf ein Mentats sein? Äh, ich schieb's mir für später auf, danke. Hm, ich liebe Mentats. Das ist schön. Ich habe all diese wunderbar wissenschaftsmäßigen Gedanken und Ideen, wenn diese trockenen Tabletten durch mein Dio gezischen. Ich vergesse sie aber bald wieder. Vor allem, wenn die Daten mir den Speicherkern verstopfen. Da spritzen mir fast die Binärströme aus dem Gehäuse. Ja, wenn du das sagst, muss das ja stimmen. Ich musste meine Gleichungen hier sogar auf den Boden und die Wände schreiben. Aber ich weiß leider nicht mehr so recht, wo sie anfangen und enden. Äh, sie sehen nicht gerade das, was ich erwartet habe. Sieh an, das impliziert vorgefasste Meinungen, Theorien und Hypothesen über dieses Treffen? Bitte führen Sie das aus. Wie sollte ich denn sein? Schließlich könnte es eine kognitive Anpassung wert sein, falls ihr theoretischer Möbius besser sein sollte als ich. Ah so, ja klar. Ähm, ich brauche aber mein Gehirn wieder. Ist das so? Ihnen scheint es auch ohne gut zu gehen. Ja, aber das ist meins. Und will es wieder zurück zu Ihnen? Vielleicht sollten Sie es fragen. Es ist recht frei in seinen zahlreichen Ansichten. Ah ja. Ich sag Ihnen was. Ich überlasse es dem Gehirn. Wenn es zurück will, ist mir das recht. Wenn nicht, sollten Sie seine Wünsche respektieren. Mein Gehirn muss ich fragen. Ich hab ein paar Fragen zu anderen Dingen. Oh Neugier. Seit ich alles weiß, leide ich seltener darunter. Was? Hier alles weiß? Die Lottozahlen von dieser Wurke schnell. Seit ich auf ein paar unangenehme Antworten gestoßen bin. Hm. Ich kann Ihren Monitor nicht reparieren, aber schlechten Empfang, das bekomme ich geregelt. Die Geister sind nicht echt. Das ändert alles. Dann kann ich meine Rechenleistung für andere Wahrnehmungsunmöglichkeiten verwenden. Das ist schön. Seien Sie mein Gast. Der Rezeptor ist dort. Und der Seitenwechsel knübbelt up. Da. Drehen Sie ihn. Gut. Gut. Besser. Besser. Oh. Oh. Ja. Das spielt sich wundervoll an. Hm. Das ist noch besser als die magendliche Lernkeitspause. Ja. Das ist, äh, du bist ein ganz ein Verwirrter, richtig? Du bist ein ganz ein Verwirrter. Äh. Sie scheinen nicht aggressiv zu sein. Warum übertragen Sie Drohungen an die Denkfabrik? Oh, da hatte ich bestimmt zu viel Psycho eingeworfen. Musste mich reinsteigern. Bin eher sanftmütig. Aber wenn ich mal ausraste, dann heißt es, oh, 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 oh. So viele Medikamente, so viel Auswahl. Immer wenn ich Mancats nehme, spüre ich, wie mein ganzes Gehäuse wie eine einzige große Lunge atmet. Du bist recht. Zum Psycho. Manchmal werden die Medikamentenvorträge meines Tanks vermischt und landen im falschen Rohr. Aber hat hier was genutzt? Äh. Ich hab Fragen. Mich macht auch so einiges neugierig. Sprechen Sie weiter. Äh. Äh. Warum haben Sie mein Gehirn gestohlen? Oh, eine Reihe von Grinden. Sie sind eine Anemone. Äh, Anomalie? Äh. Sie sind schön besonders. Und nicht in Bezug auf die Schädelgröße. Äh. Wissen Sie, Sie sind die erfolgreichste Hirnextraktion, die wir hier in BigMT je durchgeführt haben. Quasi ein Opfer Ihres eigenen Erfolges. Das ist schön. Wenn Sie damit zurückkehren würden, was Ihr Gehirn über den Vorgang weiß, nun, dann könnte Ihr Hirn wieder in Sie reinhüpfen und mit Ihnen hier rausspazieren. Hirne sollten nicht nach Belieben herumspazieren dürfen. Geht ja auch nicht. Haben ja keine Beine. Aber warum ist das ein Problem? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es wird gute Grinde haben. Ich habe gute Grinde für alles, was ich tue. Okay. Selbst wenn ich sie manchmal vergesse. Obwohl ich spüre, dass dieser besonders wichtig ist. Ha, was soll's. Ich habe noch mehr Fragen. Ja, ja, es wird interessant. Sie stecken wirklich voller kleiner Neugier, Häppchen. Oder etwa nicht? Doch, doch, genau das. Äh, können Sie mir was über Ihre Robo-Skorpione sagen? Nun, jeder Wissenschaftler braucht eine Armee. Meine kam in Form dieser recht großen Skorpione zu mir. Eine herrliche Überraschung aus der Würste? Wie gruselig, dachte ich. Aber Sie hatten überlebt, wo sonst nichts mehr lebte. Ideale Anwärter für eine Aufbesserung als Lohn Ihrer Zähigkeit. Äh, ja. Ich dachte mir, was wäre, wenn Sie Energiestrahlen schießen und als mobile Augen, Datensammler und Lautsprecher fungieren. Dann machte ich sie größer.